Besonders der Älteste, der gibt Anlass zu Hoffnungen, ein aufgeweckter Bursche. Doch es fehlt an Geld, um ihm eine gute Bildung zuteil werden zu lassen. Ja, sie ist es. Und er ist ja auch das Pustelchen auf der linken Seite, das ich gestern Abend gebildet hatte. Also wie gesagt, es fehlt an Geld. An Geld, ja. Nun, wenn ich vielleicht einen Rubel zuschießen würde. Untertänigster Diener, euer Gnaden, untertänigster Diener. Als der Polizist gegangen war, hielt Kowaljev die heimgekehrte Nase noch immer behutsam in seinen hohl aneinandergelegten Händen und betrachtete sie mit liebevoller Aufmerksamkeit. Sein Gesicht glänzte vor Freude. Doch nichts ist von Dauer in dieser Welt. Schon im nächsten Augenblick ist eine Freude nicht mehr so lebhaft wie im ersten. Im dritten nimmt sie noch mehr ab und fließt schließlich mit dem gewohnten Seelenzustand in eins zusammen. So wie die Wasserringe, die das Hereinfallen eines Steines hervorgerufen hat, am Ende spurlos wieder verschwinden. Kowaljev begann nachzudenken.